Willkommen zurück zu Tales of Symphonia Dawn of a New World. An meiner Seite ist... Dir bin ich! Dimencio und ich bin Kaito. Das bin ich! Und wir werden vermutlich gleich gegen dieses Monster kämpfen müssen. Ja, nee. Schleich mich jetzt durch. Vorsichtig, da ist noch eins, ne? Wir wollen deine Batterie austesten, ob hier es wieder geht. Geht's? Ja, und wie das geht. Ja, zack, zack. Los, Spinne! Sei mein Vertrauter! Völlig übertrieben epischer Angriff. Tja. Was? Die halten ja extrem viel aus. Ja, das muss ich nicht verheilen. Na ja, dann bleibt er auf Abstand. Mein Wolf und meine Spinne machen das schon. Ey, lass meine Spinne in Ruhe. Ja. Ja. Ja, in letzter Sekunde, wo ich schon fast tot ist. Kaito meinten, die mal wieder was gemacht. Oh, guck mal. Im letzten Part hat er immer nichts gemacht. Da musste ich oben stellen auf Computer, Gegner. Ja. Guck mal, da leuchtet was. Na am Boden. Schlüsselkarte erhalten. Schlüsselkarte 1. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, da gibt es mehr als eine von. Ja, wahrscheinlich. Wollen wir gegen die kämpfen, oder wollen wir... Klar. Wusstet ihr nicht von vorne anlaufen, Idiot? Das wäre doch richtig schön eifer gewesen. Ja, ich sehe ja ein bisschen, dass es schwerer hat. Wir lieben die Herausforderung. Der gehört mir. Nein, meins! Fick dich! So, Doppel-Andro. Früher beide haben angegriffen. Beide haben mich unterstützt. Ja. Hast du es geschafft? Jetzt gebe ich dir den versprochenen Kuss. Was hast du versprochen? Ja. Die sagen auch mal, dasselbe, gell? Du musst es mal den Kampf abspannen. Ja. So. Wo gehst du her? Da, unten. Da ist eine Leiter. Ach so, am Boden. Hast du sowas hieß? Batman Modus. Ich seh hier sowas. Ich seh hier sowas. Denn ich bin Batman. Ach, hier brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel. Ja, brauchen wir wahrscheinlich gleich auch irgendwo. Ich glaub mal nicht, dass das schon... Sonst in der Schlüsselkarte verwendet. Das ist also die Menschenfarbe. Keine Sorge, die Designs sind alle weg. Ja, ich seh hier auch keine Menschen. Wieso ist dann die Menschenfarbe? Weil da früher die Experimente mit den Menschen gemacht wurden. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt der große männliche Ritter sein, der dich beschützt. Hey! Ich kann männlich sein. Immerhin kannst du im Stehen pinkeln, guck ich, guck. Wer sagt das, was mal das nicht kann? Ja. Tut mir leid. Aber nur, weil du ein Mann bist, heißt das nicht, dass ein Mädchen dich nicht beschützen kann. Wahrscheinlich nicht, aber... Entschuldige mich bitte, die beide. Aber deswegen waren wir noch gleich hier. Um mal Pause zu suchen? Ja, er hätte somit sprechen müssen. I don't give a fuck. Ich bin Batman. Weiter. Danke. Wir haben das gerade gleichseitig gesagt. Ja? Weiter. Mach mich nicht wütend. Krass dir. Da kann man wieder die Fähigkeit ändern. Blauer Blitz. Ah, okay. Da war gerade ein C. Da. Wo ist Paul? Bei einem jungen Paul ist offenbar keine Spur zu zu finden. Ja, ich hoffe, es geht ihm gut. Beeilen wir uns und beginnen wir mit der Suche. Ja, wahrscheinlich alles immer gut geradeaus. Weitern! Weißt du, was das heißt? Speichern. Wahrscheinlich, ob der im Boss kam. Was ist hier? Untersuchen. Es ist nicht genug Kraft vorhanden. Ah, wir haben uns gestanden. Ja, was zum Willen. Weißt du, ich habe mir ja gleich Blitz bekommen. Warum geht es hier auch noch her? War der Viecher sein Laufwerk? Ja. Ja, mache ich auch. Ich wollte eigentlich hier oben. Was ist denn jetzt? Ich muss hier zurücklaufen. Da geht es nicht weiter. Da brauchst du einen Stingens. Da. Es ist einfach die Karte gebraucht. Ah, da geht es nicht weiter. Da, an der Wand. Ja. Unterbrecher eingeschaltet. Okay. Was für Unterbrecher? Weiß ich nicht. Ach du Scheiße. Denk dran, Monster. Da ist schon eins. Da ist ein Monster, ne? Lift. Wo ist Lift? Das Wasser können wir nicht. Ist hier vielleicht der Lift? Da ist ein Monster. Ich weiß. Ja, ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen. Weil du wohl direkt darauf zugelaufen bist. Oh. 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 Da kann bestimmt einer von uns anlegen. Ausrüstung. Bestimmt. Ja, es sieht aus, als wäre das was für mich. Ja, ja. Ich weiß. Oh, nee. Dann ist das sonstiges. Ist der da, Wind umhang. Ah, kann ich bestimmt auch. Ja, das kannst du auch. Kannst du den Donnerumhang ablegen? Erhöht Wasserwiderstand. 20 Prozent. Gucken was kann der Wind. Erhöht Erdwiderstand. 20 Prozent. Ach, weiß ich nicht. Lass das so. Willst du den haben? Nö, weiß ich auch nicht wieso. Vorsichtig. Wieso warst du doch eingeschaltet? Hä? Wahrscheinlich damit auch die Erholungspunkte da frei waren. Ach so. Oh, die war ja früher nicht. Oh shit. Komm zu dir. Ja, tut mir leid Ich bin gerade ein bisschen sehr beschäftigt hier Zack Immer habe ich mich einmal geheilt Bauholz Ja, das können wir bestimmt noch mal gebrauchen Da hinten dran, da ist immer noch ein Monster direkt hinter uns Lauf weiter, lauf weiter, du Idiot Lauf doch weiter Bist du bescheuert, jetzt sind wir betäubt Jetzt bist du selber schuld, wenn du was auf die Presse kriegst Dafür beschützt du mich doch Ach, glaubst du, ich kann das, wenn fünf Stück auf einmal kommen? Ah, zack Ah, kipp dir Zweite Bewegung Die kill ich Ja, mach doch Ich habe hier auch noch einen Zack Ja, ich bin da nicht schwank Der wird 18, der wird 12 Ah, dann hast du mir wieder wieder 15 Unser Hund, wie immer, unser Wolfi Das Biest Sehe ich schon vor, mit diesem Anstand Level 100 und mit dem Level Der Level ist ja noch oben offen Der Level ist ja noch oben offen Ah, verdammt, wie halten aber auch was aus hier die Jungs Ja, ich heil dich und du machst es Ja Ja Ja, ganz praktisch, wenn du ein bisschen näher kämpfst, damit ich mich ein bisschen besser steuern kann Sonst kann ich immer hier nur am Rand lang laufen Ah, so So, wie er kommt Erste Bewegung Du bist der Krieger, ich die Heilerin, ja? Ja, ja, ich weiß Deswegen brauche ich eigentlich irgendeine Fähigkeit, erste Hilfe, mehr brauche ich gar nicht Ja, wenn du später was stärkeres hast, auch schon Level 19 Ja, erste Hilfe lasse ich immer drin Alter Zum Heilen, ist immer praktisch So, unsere Spinne ist schon auf Level 19 Ja, wir sind in der Puff-Zahne Was ist denn mit dem Ander-Pieter? Wie hoch sind die denn? Wenn ich direkt an der Party teilnehme, dann wachsen die nicht Doch, ein bisschen wachsen die auch Dann findet ihr entsprechende Schlüsselkarte Hä, ich dachte, wir haben gerade Ja, eine haben wir gefunden, aber wir brauchen ja zwei Okay Müssen wir in die andere Richtung gehen Hier ist ja offensichtlich nichts Hier, Lift habe ich ja gefunden Ja, genau, Lift Au, au, verdammt Was war das denn jetzt? Hast du besser gemacht? Ja Du machst halt in der Pause Ja, Pause Ja, wir sind beide Level 16 Hinten Hinten dran Da kommt gleich wieder ein Monster von hinten Ich muss sie nicht wieder von ihm treffen Nein Nein Das war immer so blöd, kann es auch nicht sein So, voll erholt Abschleuchern Und Warte mal Guck mal, ob hier irgendwas leuchtet Ihr habt doch einen Lift-Schlüssel bekommen Wo brauchen wir denn? Ja, weiß ich nicht Vielleicht müssen wir doch dieses Monster da besiegen Das ist eines von diesen formlosen Viechern auch wieder Keine Au Status stark Okay Zweite Bewegung So, kann ich dich jetzt mal heilen? Nee, kann ich nicht Oh, unser kleiner Dämon ist um ein Level gestiegen So Wir haben Lift bekommen Schlüssel Lift-Karte, ja Wofür? Ja, irgendwo muss ja ein Aufzug sein Ja, den musst du bestimmt benutzen Gehen wir da wieder durch Das kannst du nicht mehr untersuchen, oder? Seitlich kommst du auch nicht lang, ne? Ich glaube nicht, du die roten Scharren Das ist au au Hier Waren wir ja schon mit der Kiste Hä? Ja, zurück Da sind wir durchgekommen Hier? Ja, da sind wir durchgekommen Das ist ja da die Leiter Ich glaube, ihr wo muss ein Lift sein? Da hinten vielleicht Ja, ist doch ein Durchgang Wo du gerade warst Da unten Hier? Ja, das ist er doch Oder siehst du das nicht? Ja, aber Was kann ich hier machen? Hm Weiß ich auch nicht Vielleicht müssen wir oben irgendwas umlegen Schalter? Vielleicht ist oben der Lift Denk dran, da sind jetzt wieder die zwei Monster, ne? Ja Muss da drin sein, ne? Ja Eine andere Möglichkeit Ja, so ist es dann, wenn man blind spielt, ne? Wir sind doch gar nicht in eine andere Richtung gelaufen, da oben Bei den Monstern Denk dran die Laser Oben, habe ich gesagt Hier, ne? In die andere Richtung Da Da Oh Ich bin noch nicht in die Lift Ja Das ist noch Ebene 2. Vorsicht, da ist auch wieder ein Monster. Du kannst es auch von hinten anlaufen, ne? Ja, sehr schwer. Nein, das war nicht schwer, ich bin einfach nur nicht angestrengt. Was ist denn da eigentlich für ein Schwerzymbol bei der Spiegel? Die ist zurzeit sehr stark im Angriff. Schon wieder der Wolf. Ist ja der richtige Kappmaschine. Warte mal, hier war nichts, ne? So, weiter finden wir raus, würde ich sagen, im nächsten Part. Ja, können wir machen. Bis dahin, euer Kai Thun und die Benziot. Tschau!